Hallo, wir machen für euch wieder Minions und Simpsons Packchen auf. Diesmal haben wir Simpsons und Minions. Drei Simpsons. Simpsons von Lego, drei Stück. Und von Minions haben wir zwei Stück. Genau, wir haben gedacht, das ist eine gute Mischung. Und jetzt haben wir mit Simpsons. Konkurrenzprodukte Lego und das kanadische Lego Megablox. Weißt du ein Messer, wirst du? So. Messer? Ah, braucht man nicht. Oder doch? Ja. Und diese? Wer ist das? Ah, der da. Mhm, der Doktor. Aber wenn ich den Namen wüsste. Aber, gleich weiß ich ihn. Ich bin kein so ein Simpsons Fan. Ja gut, so meine 20 Folgen habe ich bestimmt auch gesehen. Aha, hab sie ihn gekriegt. Ja, das geht ja schnell bei denen, oder? Ja. Die Nummer 16. Also, die gibt es alle hier. Guck mal den Kopf an. Den ganz unten rechts haben wir. Und da ist ein Rundenfoto. Und dann kommt er da drauf. Dann zieht ihr das ordentlich. Ja, jetzt machen wir ein Minim. Das ist auch kein so ein Reisstück hier. Ich bin das beste Vortrag für Kinder. Ja, da ist er noch nicht. Ich will den aufmachen. Okay. Den hat man noch nicht. Nein, einen Pirat haben wir glaube ich noch nicht gern. Wir haben immer die Sachen Glück. Wohin braucht der? Wohin? Die Mega-Guard-Blocks-Figuren, die brauchen immer ein bisschen länger, bis man die zusammengebaut hat. Ja, die sind immer länger. Und vor allem gehen sie schwer rein. Ja, das ist, was mein Papa gerade da rummacht. Ein Fuß, zwei Fuß. Dann. Wie klein sind die Minim, Jens? Ich kapiere das gar nicht. Oberkörper. Und dann noch die Hände. Und dann noch die Hände. Hände, Hände. Die Hände braucht man. Dann haben die immer Brillen. Das finde ich ganz gut. Die kann man nämlich dann austauschen. Die Augen. Wenn man eine Figur oder so doppelt hat. Aua. Aua. So. Das ist ein Schwert. Dann gehe ich ihm mal noch ein Schwert. Und dann darf man da noch draufstehen. Und welche gibt es da alles? Wow. Piraten-Minion. So. Tauschmaus. Gegen unseren Minion. Die zeigen wir auch noch kurz, welche es da gibt. Und, und. Ich hoffe, ihr habt alle gesehen. Die alle gibt's. Ein. Simson. Simson nochmal. Achso. Simson nicht, was andere. Ischmaus. Oh Mann. O Mann. O Mann. O Mann. Was ist O Mann? Oh Mann. Soll ich auch machen. Hab ich gesagt. Ääää. War ja klar bei uns. ich habe fünf päckchen beim zweiten schon mal ein doppelt die oma ja ja noch mal unser doktor hier als wir damit schon zwei mal wer ist der homer simpson der homer simpson ein minion den haben wir auch schon der steinzeit minion darf ich ja auch immer klimas truppe hat der letztes mal auch so ein schwanz hinten gehabt oder ist das ein neuer ist doch ein neuer aber mit keule hat man doch schon einen sondern zu einem prügel daher ach ja jetzt fällt mir gerade ein bevor ihr viele kommentare schreibt und uns ein loch in den bauch fragt zeig mal wie lei hat unten das gesamte kind aufgeschirft beim rodeln beim schlitten fahren am wochenende den tieren hat viel viel schlimmer erwischt er hat ein gebrochenes schienbein im family fun kanal kommt darüber noch ein video am donnerstag ein chihan spezial das erste video über unseren kurzurlaub kommt heute online ist also schon online wenn dieses video hier veröffentlicht wird könnt ihr mal reinschauen wir hatten trotzdem unseren spaß der unfall ist am samstag passiert mit chihan er meinte wir sollen trotzdem weiter rodeln er lag halt dann in unserem hotelzimmer hat die füße hochgelegt zu hause hätte es auch nicht anders gemacht und ja wir haben einfach mal so gut wie es ging weiter gemacht so eine keule und hier ist noch mal ein knochen ach ja der knochen ist für den kopf hier da kommt es noch rein dann ist der haarschmuck haarschmuck ist auch übertrieben kopf schmuck die haben ja nicht mal die haare aber ganz selten zumindest papa die sind andersrum papa die sind andersrum ja so was ist jetzt andersrum so ach so jetzt ist es okay steinzeiten minieren und unsere letzte zinsenfigur also wenn wir jetzt noch mal einen doktor kriegen aber dann dann flippe ich aus ja wie ist das wer ist das ich weiß es nicht kenne ich von namen her auch nicht ich kenne gerade mal die simpson family glaube ich treffe ich das ist ein buch echt das ist echt ein buch copying with a high IQ weißt wie ist das denn ja das ist der der schlaumeier aus aus barths klasse glaube ich oder schule ja der eine kann man nicht mal oh nö ich habe mir die simpson mutter gewünscht oh nö warum nicht glück raus so dann ich versuche mal das buch davon hinzulegen dass man es lesen kann ich wünsche mir die mädchen wunderbar so das war unser unboxing mit 3x lego simpsons und 2x megablox minions ja und ja gut 3 neue figuren haben wir den hatten wir schon einmal und den jetzt gleich doppelt ich hoffe euch hat es spaß gemacht bis zum nächsten mal tschüss tschüss und auch nach oben und da noch unsere drei vorschläge und dann noch bitte abonnieren genau profi ich hätte es wieder vergessen meine tochter denkt dran da sieht man mal wer hier der profi ist ne tschüss 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 trig